Herzlich Willkommen zu 7 Days. So, wir befinden uns hier, glaube ich, immer noch mitten in der Stadt. In dieser kleinen Mini-City. Wollten ja den Tacho bringen bis zu Rode. Und Quessi, gerade müssten wir abgeben. Bringt jetzt eh nix. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch was Schickes finden. Ich glaube, in diesem Buden hier... Waren wir drinnen. Inventar ist noch Platz. Wie sieht's denn im Büro aus? Da ist eher weniger Platz. Gut, aber... Lichthorder nicht. Gut. Doch, jetzt. Denn gucken wir doch mal, ob wir hier nicht noch irgendetwas Brauchboros finden. Ich meine, so groß ist die Stadt ja nicht, aber... Ey, du grabbel hier doch nicht wieder weg, mein Freund Mensch. So. Hier muss doch noch irgendwo was sein. Z.B., dass das eine Art Gewächshaus hier oder so, ne? Ich glaube, da waren wir schon mal drin, aber... Können wir trotzdem noch mal reingucken. Wegen Aloe-Wehre-Samen und das. Und mal kurz Luggi-Luggi. Schaden kann's nicht. Da gibt's gute Qualitätsstühle. Haben die anderen Herrschaften mich jetzt verfolgt oder nicht? Ich seh sie zumindest nicht. Gut. Die gehen rein in die gute Stube. Zack. So. Hm? Keine Ahnung. Ich hör zwar irgendwo ein, aber ich seh keinen. Auf jeden Fall ist hier sehr gut is missing. Das brauchen wir nicht. Ja, schon. Dann mal, Jungs. Wo seid ihr? Hört auf, hier meine Türen zu terdebbern. Oh, komm raus, Steve Mensch. Ey. Immer mit der Ruhe. Jetzt räuchte ich das aber. Muss ich euch hier erst zur Tode schaufeln, oder was? Ist ja auch schlimm. Ich glaube, ich nehme lieber Waffe in die Hand, du. Gut, gut. Ihr wollt doch nur die Türe retten, Mensch. Oh, mein, oh, mein. Schlimme, die Herrschaften. So, was haben wir denn hier so schönes? Haben wir hier denn auch irgendwo Besuch? Aloe Vera Pflanze. Kartoffel Pflanzen. Haben wir Aloe Vera schon auf dem Feld, oder nicht? Ich weiß das gar nicht. Aber da kommen auch keine Seeds raus. Na, aber daraus kann ich Seeds machen. Kartoffeln haben wir auf jeden Fall. Das weiß ich. So, Jucke haben wir auch. Aloe Vera bin ich mir nicht so sicher. Ich nehme so einfach mal mit. Das werden wir gleich mal hier reintrinken. Den haben wir hier. Selbstverständlich wertvolle, leere Gläser. Eine Tür, die wir schließen. Und das nehmen wir mit. Sehr schön. Da nochmal. Ähm. Ja, gut. Ich habe hier jetzt mehr erwartet, ehrlich gesagt. Da ist noch ein bisschen Mais. Das brauchen wir bei uns nicht. Da liegt ein Biker. So nett, mein Freund. So nett. So, wo ist denn hier die Order? Da, Alinchen, Mensch. Kommt nicht so schwer, so ein Mensch hier mal rumzukommen. Was ist denn schlimm mit der Dame? Alles Jucke hier und Mais? Hier noch wer? Das ist draußen, ne? Gut, wo die mal? Guck mal. Das ist schon wieder so ein Beuger. Die Bude ist doch größer als gedacht. Gut. Den omeh. Die ist ziemlich viel Winkel, die Bude. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Eben. Jo, haben wir nochmal den Braut. So, den haben wir hier. Jo, gut. Das lassen wir mal hier. Das Dorf nehmen wir mit. Kann nicht schaden. Definitiv nicht. Wunderbar. Hier ist noch irgendwas. Oben ist noch irgendwas. Oben kann man überhaupt mal gucken. Ich glaube zwar, dass das hier jetzt allzu viel ist, aber... Außer Geier. Aber ansonsten... Da unter ist auf jeden Fall noch was. Oh, ein bisschen Muni. Siehste mal. Siehste mal, siehste mal. Oh, gleich die Schoß... Was da für Messing ist. Wir müssen unbedingt nochmal runter. Das geht so nicht. Dort geht's so nicht. Lass mich doch mal da rennen. Ich komm hier nicht durch. Alter Junge, du bist getugt. Mach dich schlank, Mensch. Echt jetzt? Au, ah. Hab ich mich jetzt erschrocken? Da war Gloss. Das hab ich nicht gesehen. Oh man. Gut. Sehr schön. Den. Ah. 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 Äh. Nee. Ich mach ihn zu. Oh jetzt. Oh, hier hat er noch irgendwas brauchbar aus. Jo, das nehmen wir mal alles so geschlossen mit. Den gucken wir noch einmal in das schöne Kistchen hier. Wunderbar. Ah. Ist das? Tatsächlich. Dort ist die Worte schon wieder vergessen, Haupt. Die gute Enten schnabeln. Die Worte. Das nehmen wir jetzt gleich mal in Angriff. So, mal kurz ein Luggi-Luggi machen. Modifiziert die Streuung zu einer horizontalen Form. Anstatt einer Runden. Könnte sogar helfen. So, bloß was nehmen wir dafür raus? Schrotflintendorse. Verringert die Streuung. Ja. Ja. So. So. Die könnte raus. Aber ich glaub, die kriegen nicht beide rein, oder? Nein. Also entweder die oder die. Das müsste ich testen. Okay. Die kann ich wieder reinpacken. Aber die müsste ich dann austauschen gegen die. Das müsste ich echt testen, was besser wär. Das müsste ich auf jeden Fall testen. Ansonsten hab ich alles. Ich hab keine Ahnung, wo hier der Zombie rumkloppt. Aber irgendwo wird er schon so hin. Der zählt zumindest gerade unsere guten Messing-Türen. To that note. Wollen wir nachladen nicht vergessen? Ich steck' ich hier schon wieder fest. Sag mal. Genau. So rein in die Bude. Die. Das sind Lurche oder sowas, ne? Da draußen ist auch einer gestorben. Weiß zwar nicht, wo dran, aber der ist gestorben. Bist du inzwischen reingekommen ins Haus oder nicht? Das hört sich als nicht gesund an. Weißt du was? Hier einmal draußen gucken. Wo der hier steckt. Aber wenn der irgendwo reingekommen ist, musst du ja irgendwo... Da ist ein Lurche, ja. Doch knüppelt er rum. Hey, Junge. Du lebst immer noch. Er war fast drin. Fast. Gut. Auf jeden Fall haben wir hier noch so paar kleine Räumchen, wo wir selber noch nicht drin wohnen. Hier ist auch jemand reingekommen. Gut. Aber da waren wir auch schon. Die waren allgemein, ne? Da fehlt noch. Genau. Hallo, Stevie. Oh, die scheint aber deutlich besser so zu sein, du. Deutlich besser. Ups. Wo, mein Freund? Wo? Wo steckst du? Ich höre dich. Nur ich sehe dich nicht. Aber ich werde dich finden. Und dann pumpe ich dich voll mit Schraut. Nimm dir doch lieber mal die Türe mit, bevor du sie mir kaputt machst. Genau. Ist hier irgendwo. Wo ist denn die? Das hört sich ordentlich allein, ey. Dieses kleine Missvehikel. Wo? Wo? Wo, wo, wo? Ich finde die schon. Wo ist sie, du? Wo ist sie, du? Wunder mich ordentlich, dass Lurchi da vorne bleibt, ne? Aber gut. Nehmen wir Lurchi auch mal mit. Der kommt mir sowieso noch zu nah. Sehr schön. Boah, die gefällt mir so. Ganz gut mit der Enten schnabbeln, muss ich sagen. Da kann ich mich ordentlich nicht beschweren, du. So, darf ich jetzt hier mal in Ruhe, ohne dass wieder irgendwelche Besucher vorbeikommen? Wäre sehr, sehr formidabel. Hier war das nicht. Wo waren das jetzt? Oh Mann, du. Diese Bude ist verwirrend. Da kommt doch schon wieder was. Das höre ich doch ganz genau. Und ich zerlegen wir mal. Das ist ja schlimm. Nehmen wir erstmal hier das Messing-Moradies mit, Mensch. Genau. Du hast noch mal. Hier noch mal. Wunderbar. Da ist auch noch ein Messing. Jo, da kommt definitiv schon wieder was. Was, 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 was? Was zu mega. Meine ich doch, ich habe was gehört. Dieses Missvieh. Oh. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sollte mir mal angewöhnen, mich auf mein Gehör zu verlassen. Was ich in der Regel nicht tue. Wo ich sowieso die Hälfte überhöre. Boah, ich kann hier auch nicht einfach so das Messing-Moradies stehen lassen. Boah, das geht nicht. War komisch, wie der Besuch, ne? Wundert mich aber nicht bei dem Leben, das ich hier veranstalte, ehrlich gesagt. Jungs, das Haus ist rundherum auf und ihr bricht... Immer noch durch die Wand. Missvieh. Soma, was ist denn los heute? Moin, da kriegt man ja Schreckpickel auf dem Hintern. Wenigstens gibt es da jede Menge Messing. Das ist doch nicht mehr feuerlich hier. Da kommt schon wieder was. Jetzt aber hier rauf, hopp, alles. Wo ist er? Mai, oh, moi. Dort ist doch nicht mehr so ein Mensch. So, warte. Den auch mal reparieren. Den auch mal reparieren. Dort raus. So, ich glaube, ich lasse die Mord erst mal drin im Dingsebumsee. Die kommen zerliegen. Kriege ich davon noch irgendwas? Das hier kann auch raus. Äh, das da. Kriege ich davon noch irgendwas in die Küche? Wo ist denn der überhaupt? Andere Seite, ne? Jut, jut. Ähm, ich bezweifle es zwar, aber gucken kann man noch ein bisschen. Pass rein. Sehr schön, sehr schön. Aber du sollst natürlich nicht mal eine ganze wertvolle Muni hier eben reinmachen. Das muss auch nicht sein. Irgendwas, wo ich da auch eine Mord draufkriege? Nö, ne? Mh, die geht vielleicht auf die da. Und die da. Wahrscheinlich nur auf Werkzeug, was ich nix habe, oder? Ah, vielleicht da rauf. Müsste mal gucken. Und die nehme ich auch mal kurz mit. Die könnte man hier vielleicht zumindest die rauf machen. Sehr schön. Und auf den Hammer. Ich weiß nicht, ob es darauf passt, aber wir werden es sehen. Ja, geht sehr schön. So, dann nehme ich die beiden Mods mich auch wieder los. Den passt das doch perfekt. Du hast da hin. So, das geht wieder hin. Immerhin, ein bisschen Platz haben wir. Ja. So, den würde ich Sorge haben. Ja, noch ein bisschen Zeit. Noch hat der Trader nicht auf. Nee, den geben wir nochmal in die Bude da. Gibst du, Leute, nochmal ein bisschen Bärenfleisch. Warum nicht? Schaden kannst nicht. Der Eingang ist aber auf der anderen Seite, du. Lass mich mal hier. Du sollst jetzt nicht hochfliegen hier. Du sollst hier nur einmal rum, mein Freund. Nicht gegen den Stein, nicht. Gegen den Stein. So. Sehr schön, sehr schön. Demma rennen, die gute Bude. Wieder raus aus der guten Bude. Ach, Spinni. Kommst du da durch? So, wir haben so viel Schrottmonie eingesammelt. Dann darf man jetzt zum Abschluss in den letzten paar Folgen auch gerne mal ein bisschen mit Schrott rummalern. Ab und zu muss das ja auch mal gestattet sein. Aber die Qualitätsstudie nehme ich trotzdem mit. So viel Zollt muss sein. Den do einmal hin. Do liegt sogar wieder Muni. Sehr schön. Äh, noch irgendwas Brauchbares hier? Nö, 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 nö. Do nochmal. Ja, na gut, das kann man gleich essen. Hab eh Hunger. Und hab nur noch ein Schipssippchen. Den drücken wir uns die drei rein. Den geht das zumindest mal ein bisschen hoch. So, hier noch irgendwas Brauchbares. Das nehmen wir mit. Aber ob wir das noch brauchen werden? Glaube ich nicht. Jut, jut. Do, das kann man auch gleich trinken. Sehr schön. Do geht's gleich weiter. Oder? Noch einmal kurz hier Lugi, Lugi machen. Do. Das nehmen wir natürlich auch mit. Sonst ist hier nix. Nö. Oh, Jungs. Steht mal auf da. Genau. Äh, die finden wir da den Weg nicht. Kennen wir ja auch schon. Qualitätsstuhl. Dorst dürfte es doof sein. Ich glaube, einer ist raus. Ist ja nett. Sag mal, Jungs, soll ich euch helfen oder was? Das ist ja schlimm mit den Herrschaften. War das geschafft? Nö. Er hat sich hingelegt. Okay. Da ist keiner drin. Dafür waren zwei da drin. Ist auch selten, ne? Normalerweise ist da in jedem einer drin. Wo ist denn immer mit? Jetzt hat das gesoffen, ne? Eww, hallo. Genau. Komm an. Die Gate, dort ist mal selten. Das ist mal sehr, sehr selten. Wo ist nix drin? Hier ist nix drin. Da ist denn auch nix drin. Nö. Du, den hier herhuch. Oh, ist hier noch jemand drin? Ich hole auf jeden Fall einen Spinny. Spinny wird sich gleich schon bilden. Ist hier noch was drauf? Ich sehe zumindest nix. Den mal kurz luggi, luggi. Ach, Spinny, lass die Tür heilen mir. Sorry. Kommen sie bestimmt gleich hier hoch. Eww. Jut, jut, ähm, den musste ich mich wohl gleich hier einmal leicht, ähm, ja, hier war Fusch am Bau, dessen bricht das gleich weg. Mal ein bisschen Behelfsgerüst aufbauen, so. Hier noch irgendwas mal aufbauen ist, ne? Ziemlich viele Spinnis hier drin, ne? Lass mich doch mal da rauf, Mensch, ich klemm hier fest. Hier geht's, gut. Und hier ging's wieder runter, ne? Jut, jut. Hier noch irgendwo was brauchbares. Oh, den nehmen wir mit. Ruhig Fertigkeitspunkte haben wir. Boah, alter, was? Oh, mein, hab ich mich gerade erschrocken. Sag mal, was ist? Hier fehlt dir die Holbe-Therese, du. Mensch, welchen Abriss unternehmen, du, hier sehr erfolgreich, du. So, so. Da sind noch Stüdy, die müssen... Hey, die gute Dame ist da. Wir haben's geschafft. Hör auf, da rumzubrüllen und sieh zu, dass du herkommst, Mensch. Wo bist du? Da. Ja, ja, gut. Die wollen spielen, die wollen spielen. Die werden sich schon melden, wenn sie da sind. Jupp, die sind schon hier, wa? Die sind schon da. Doch, ging ja mal rucki zucki. Ich helf euch mal. So, komm, Jungs. Mach die Tür auf. Yep. Was hier alles demoliert wird. Do that note. Do that note. Ist hier oben noch irgendwas. Garantiert. Garantiert. Oder? Nicht? Doch. Oh. Der Schönling ist da. Auf. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, gut, das ist ein bisschen übertrieben mit der Schrotflinte jetzt. Aber man darf auch mal so lange jetzt Schrotmonie gesammelt, denn darf man jetzt auch mal, ne? So, hier geht's normalerweise rein. So, hier geht's normalerweise rein, aber längst bin ich denn tot. Da, so bekloppt bin ich jetzt nicht. Das machen wir etwas anders. Auch ein kleines bisschen anders. Die waren ja schon so nett und haben uns hier den Weg aufgemacht. Wie? Warte mal, hier ist direkt, glaube ich, was vor. Ich weiß nicht, ob das hier klappt. Ah, es müsste gehen. So, das war schon mal der Erste. Der Zweite liegt auch noch da hinten. Oder steht noch. Komm, trabe an. Und hängst du und jetzt da hinten fährst du, Mensch. Warte mal. Sehr schön. So, hier ist noch. Halbi, Mensch. Mensch, mein Freund. Komm, warte. Da. So, die nehmen wir auf jeden Fall mit, die guten Bären. Sieh schön. Hier wird das Thema jedoch auch erledigt. Oh, die Mord. Das können wir auch gleich mitnehmen. Alles gut ist fleisch, was wir nicht mehr brauchen. Ja, komm. Na. Da einmal den. Ja, gut. Muni gleich wieder drin, die wir verballert haben. Den passt das aber auch alles. Das kommt mit. Das kommt mit. So, alles mit, wo du jetzt noch reinpost. Da ist jetzt sowieso die Händler gleich aufgemacht. Ja, warte mal. Kohle brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe gesagt, Kohle brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich wollte den Kaffee mitnehmen. Warte mal. Warte mal. Den Koffi trinke ich. Bier muss mit. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Die müssen auch mit. Äh, Moment. Hier. Das brauche ich nicht. So, da noch was drin. Ey. Door ist noch was drin. Ejo. Wo habe ich denn hier die Schräge schon durchgeludert? Hier oben meine ich. Nein. Kommen wir gleich triggern. So. Den door nochmal rin. Äh. So, den door nochmal. Sehr schön. Wollen wir ihn auch gleich zerlegen. Ich meine, Eisen ist immer gut. Mir ist ja nett. Und der kommt mit. Den Rest habe ich hier wohl, wie es aussieht. Gut, wir haben ja noch den Hauptloot. Das könnte problematisch werden mit dem Mitnehmen. Da sind auch gute Qualitätsstühle. Ich muss Platzschaufe. Das geht so nicht. Ausnahmsweise werde ich mal diesen Eintürknauf hier zerlegen. Genauso wie ich die beiden... Die beiden werde ich nicht zerlegen. Das dauert viel zu lange. So, aber den kann man essen. So, den kommen wir noch. Trinken. Sehr schön. Den kommen wir ebenfalls trinken. Ich meine, wir haben genug Getränke. Dann habe ich mir die drei auch noch rin. Und denen passt das auch alles. Das trinken wir auf jeden Fall voll. Ja. Wunderbar. Dann kriege ich die guten Qualitätsstühle wenigstens mit. Werden aber allerdings auch gleich wieder geschreddert. So, sonst prostat hier alle sind nicht. Hier, die wird gleich gegessen. Wunderbar. Und Rinder. Ja, jetzt wird es natürlich wieder... Hm, 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 naja... Ah. Die lasse ich mal drin, die Mod. Ah, gut, die kriege ich noch auf eine Waffe rauf. Das lassen wir mal drin. Das kommt auf jeden Fall mit. Ah, der müsste aber auch mit. So, hier noch irgendwas Brauchbares drin. Ah, ich weiß nicht. Money. Ist schon wieder mehr als vorher. Obwohl ich die ganze Zeit ja so rumgeballert habe. Warum? Weshalb? Wieso? Ah, hier, den kann man auch mal zerlegen. Den war es zumindest der noch mit drin. So, und doch noch einmal. Da haben wir schon. Haben wir auch. Ew. Die Dors noch. Hier wird gefudert. Warte mal. Die Döschen passen. Ah, 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 ah. Warte, 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 warte. Das geht so nicht. Ich will nicht, dass hier was versündet. Die Dose mit. Das mit. So. Und mal das fudern. Das hier trinken. Das zerlegen. Das hier wieder mitnehmen. So. Den ist hier noch. Komm mit. Willen auch zerlegt. So, den haben wir hier, Aulis. Den haben wir hier, Aulis. Hier geht es denn wieder runter. Doch noch versinnt er. Nee, ne? Nein. Gut, gut. Gut, gut. Sehr schön. Dann hat es sich zumindest erfolgreich. Kaum noch was mit raus. Ist da noch irgendwas Braubohres drin? Ja. Der Motor muss mit. Warte mal. Haben wir gleich. Augekutze. Moment. Moment. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Spaziert hier eine Wanderhorde rum? So, Moment. Ähm. Kurz die Muni wieder raus. So habe ich zumindest ein bisschen Überblick. Ja, bleibt bitte mal alle da hinten. Ich habe hier keine Zeit für euch. So, hier soll die eine Mod noch rinnen. Äh. Da einmal rinnen. Genau. Dort kommt wieder Indiguru. Zock. Na, Reparaturkits gehen auch langsam aus. Aber den müsste ich einmal reparieren. Den müsste ich einmal reparieren. Und den ebenfalls. So, Mods selber habe ich jetzt nicht mal eins decken, ne? Den kann zumindest der mit. Na, du hast mich bemerkt, ne? Du hast mich bemerkt, mein Freund. Ach, Junge. Du kannst doch eh nix. Lohut. Das kommt mit. Das kommt mit. Das kommt mit. Danke. Das ist ein Biker oder Temu? Ein Krapune. Sowas wollte ich nicht. So, den würde ich sagen. Fliegen wir erstmal nach Hause. Hallöchen. Ja, komm. Krieg mich doch. Krieg mich doch. Schatz ist er eh nicht. Müsstest du erstmal fliegen lernen. Den auf jeden Fall erstmal schnell nach Hause. Wolle ich. Erstens ein Quiz abgeben. Der hat er jetzt inzwischen auf. Den noch den ganzen Kram verstauen. Und wir sind ja am roten Tag. Also, da muss es schon so langsam aber sicher auch mal zukommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, dass ich bei mir wieder ein paar Tage gehe, ob ich schon alles gemacht habe. Also, ich weiß, dass wir da einiges gemacht haben. Ich glaube, repariert und so weit ist da alles. Aufgefüllt sind die Waffen, glaube ich auch. Ich glaube, das Einzige, was noch fehlt, ist der Stocheldraht innen drin. Aber es kann auch so sein, dass ich mich täusche. Da bin ich mir absolut nicht so sicher. Aber jetzt erst mal ein Quiz abgeben. Wäre ja schön gewesen, hier nochmal so ein bisschen Demo-Besuch zu bekommen. Aber leider nicht. Aber dafür haben wir sie bei der Horde. In Masseen. Wie gesagt, das wird die letzte Horde in dieser Staffel. Und da drehe ich alles komplett hoch. Ist ja eh alles. Das Einzige, was ich noch hochdrehen kann, ist die Zombie-Anzahl. Die steht aktuell noch auf 32, wie wir schon die ganze Zeit haben. Aber für die letzte Horde kommt sie auf 64. Mal sehen, ob die B-Star-Stand hält. Das ist doch auch das Einzige, was ich noch hochdrehen kann. Ich meine, Zombie-Geschwindigkeit, egal ob Tag, Nacht. Die steht komplett auf Albtraum. Da kann ich nichts mehr hochdrehen. Schwierigkeitsgrad steht schon immer noch auf Ehre. Also, da geht nicht mehr. Geht auch nicht nur noch die Zombie-Anzahl. Jut, jut. Doof, wo ich mir sage, glaube ich, irgendwo sein. Benzin haben wir auch genug. So, ich muss nur mal gucken, ob ich von der richtigen Säude komme. Ja. Damit wir bei uns auf der Landebahn landen können. Hier ist es mir schon. Ruckel doch nicht so, mein Freund. Geh lieber runter. Das ist zu früh. Oh, Mann. Ich brauche definitiv doch das nächste Mal die Landebahn abseits. Damit so was nicht mehr passiert. Jut, jut. Aber immerhin, wir sind auf der Bahn. Das ist doch schon mal was. Kommen wir mal ein bisschen weiter nach vorne da. Genau. Ausdrucken. Passt doch. Erstmal Quiz abgeben. So viel Zeit muss sein. Sehr schön, sehr schön. Und kriegen wir dann so gut. Das war ja eh keine tolle Quiz. Aber abgeben müssen wir sie. Ja, ja, ja. Was kriegen wir? Joggewehr. Mollis. Schraubenschlüssel. Naja. Nehmen wir die Mollis. Und das Joggewehr. Der bringt 301. Was Joggewehr bringt. Aber gut. Der bringt mehr. So, mein Freund. Ich brauche keine Quiz mehr von dir. Sehr schön, sehr schön. Oh. Ich glaube, das war mein eigener Schritt. Ich war der Meinung, ich habe schon wieder was gehört. Aber da enttäuscht man sich wohl. Da täuscht man sich wohl. Den erstmal hier. Das, was ich nur einsticken hab. Das drin. Das drin. Das drin. Ähm. Das drin. Das drin. Und. Den muss ich noch reparieren. So. Genau. Und der da drin. Ich meine, so viel haben wir nicht. Der Hodenloot passt da definitiv noch. Der Res kommt dann drin. Da kümmern wir uns dann aber morgen drum. Oder ich mach das jetzt alleine schnell. Für was sehen wir uns morgen wieder. Um die letzten wichtigen Herausforderungen für die ultimative Horde zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye. Bye. Lie guys. Tschüss. Bye. 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 Bis zum nächsten Mal.